Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation aus der Mediziniklinik Intensivmedizin und Notfallmedizin von Susanne Jöckes und Coworkers Vorhandlungsempfehlung der Sektion Ethik der DIVI oder der Sektion Ethik der DGN. In zeitlich begrenzter Therapieversucht Time-Limited Trial TLT auf der Intensivstation. Die kontinuierliche Weiterentwicklung medikamentöser und apparativer intensivmedizinischer Verfahren führt zu einer stetigen Zunahme an Behandlungsmöglichkeiten. So sind für einige Patientinnen und Patienten heute lebensverlängernde intensivtherapeutische Maßnahmen möglich, die vor einigen Jahren noch nicht gegeben waren. Damit verbunden ist eine zunehmende Komplexität der Entscheidungen über Auswahl, Anwendung und Dauer der Therapiemaßnahmen. Daraus entstehen Belastungen sowohl für Patientinnen und Patienten sowie ihre Zugehörigen als auch für das behandelnde medizinische Personal, ohne dass immer klar ist, ob das von der Patientin oder vom Patienten gewünschte Therapieziel tatsächlich erreicht werden kann. Entscheidungen über den Beginn, die Fortführung und die Beendigung intensivmedizinischer Maßnahmen erfordern immer eine Einschätzung ihrer Sinnhaftigkeit und Angemessenheit. Diese Bewertung ist einerseits Teil der Indikationsstellung und andererseits Ausdruck des mutmaßlichen Patientenwillens. Ob im individuellen Fall ein Behandlungsziel erstrebenswert und der dafür notwendige Behandlungsweg akzeptabel ist, hängt von den persönlichen Wünschen, Werthaltungen und Lebensentwürfen der Patientinnen und Patienten ab. In der intensivmedizinischen Praxis bestehen oft Unsicherheiten über das Therapieziel, den Therapieverlauf und die Prognose. Daraus resultiert eine zusätzliche Verantwortung für das Behandlungsteam. Eine mögliche Strategie im Umgang mit diesen Unsicherheiten ist die Durchführung eines zeitlich begrenzten Therapieversuchs, Time-Limited-Trial-TLT. Empirische Studien zum TLT zeigten Vorteile und positive Auswirkungen für Teamentscheidungen und ein patientzentriertes Behandlungsergebnis. Die vorliegende Handlungsempfehlung umfasst Definition, ethische Argumente, empirische Daten und Empfehlungen für die Umsetzung eines TLT in der Praxis. Definition und Präzisierung TLT als Werkzeug Ein TLT kann bei bestehenden Zweifeln an Sinnhaftigkeit und Angemessenheit intensivmedizinischer Maßnahmen vereinbart werden. Das TLT umfasst in dieser Situation eine verbindliche Übereinkunft zwischen dem Behandlungsteam und der Patientin oder dem Patient bzw. dem juristischen Stellvertreter zu einem Behandlungskonzept über einen definierten Zeitraum. Zu dem Zeitpunkt der Übereinkunft für ein TLT wird eine Behandlung noch nicht als sicher aussichtslos eingeschätzt. Es besteht aber bereits eine hohe Unsicherheit, ob mit der Fortführung der Behandlung das bisherige Therapieziel im Einklang mit dem mutmaßlichen Patientenwillen erreicht werden kann. Ein TLT kann in dieser Situation als ein letzter Behandlungsversuch bei äußerst kritischer Prognose eingesetzt werden. Das TLT ist kein Instrument für folgende Situationen. Die Aussichtslosigkeit ist festgestellt, aber die Therapiezieländerung wird von der Patientin oder dem Patienten bzw. dem gesetzlichen Stellvertreter abgelehnt. Eine Änderung des Therapieziels und das Zulassen des Sterbens muss in diesem Fall wegen fehlender oder nicht mehr gegebener Indikationen erfolgen. Zweiter Punkt der Patientenwille hinsichtlich der aktuell durchgeführten Behandlungsmaßnahmen ist unklar. Der meist mutmaßliche Patientenwille muss dann immer schnellstmöglich geklärt werden. Drittens, die Maßnahme ist klar indiziert und entspricht soweit beurteilbar dem mutmaßlichen Patientenwillen. Es wird auf den Behandlungserfolg gewartet. Die Behandlung erfolgt zunächst ohne Fristsetzung. Bei prolongierten Krankheitsverläufen auf der Intensivstation ist die Prognostizierung mit Unsicherheiten behaftet, die das Behandlungsteam anerkennen und kommunizieren muss. Ein TLT ist gerechtfertigt, wenn damit eine größere Prognosesicherheit erreicht werden kann. Auf dieser Grundlage kann außerdem eine möglicherweise geschärften oder neu formulierten mutmaßlichen Patientenwillenrechnung getragen werden. So können Vertrauen und Verlässlichkeit für das weitere Vorgehen gestärkt werden. Die Entscheidung für ein TLT verhindert damit sowohl, dass die Therapie zu früh begrenzt oder beendet, als auch, dass sie unkritisch fortgesetzt wird. Durch eine zu frühe Therapiebegrenzung könnte der bleibende Eindruck entstehen, die Patientin oder Patient hätte noch eine Überlebenschance gehabt. Verbindliche Absprachen über ein TLT verhindern zugleich, dass die Therapie ohne Reflexion und gegebenenfalls perspektivlos fortgesetzt wird. Beides belastet nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch das Behandlungsteam und die An- und Zugehörigen. Ein TLT kann aus ethischer Perspektive den bestmöglichen Kompromiss zwischen einem gebotenen und gerade noch vertretbaren Behandlungsversuch Leben retten und einer gleichermaßen gebotenen palliativen Begleitung keine Überversorgung am Lebensende darstellen. Eine Überversorgung kann ebenso wie eine ethisch nicht gerechtfertigte Sterbeverlängerung, Moral Distress und Burnout im Behandlungsteam verursachen oder verstärken. Durchführung Ein TLT kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Behandlung vereinbart werden. Bei Krankenhausaufnahme in der Zentralen Notaufnahme, bei angefragter Aufnahme auf die Intensivstation, z.B. von der Allgemeinstation sowie im weiteren Verlauf des Intensivaufenthaltes. Die Entscheidung, ein TLT anzubieten, sollte in jeder dieser Situationen interdisziplinär und interprofessionellen Unterleitungen einer erfahrenen Intensivmedizinerin oder eines erfahrenen Intensivmediziners im Teamkonsens getroffen werden. Für die Moderation von interdisziplinären oder interprofessionellen Konflikten kann ein ethisches Beratungsgremium zugezogen werden. Gerade prognostische Unsicherheit ist ein häufiger Konsultationsgrund und kann in einer Ethikberatung spezifisch thematisiert werden. Klärung der Behandlungsoptionen In einer Behandlungssituation, die nahezu aussichtslos ist, werden Therapieoptionen mit konkreten Erfolgskriterien und festgelegter Dauer vereinbart, die dem gegenwärtigen Therapiezil der Patientin oder des Patienten entsprechen. Bereits festgelegte Vereinbarungen zur Therapielimitierung werden beibehalten oder erweitert, wenn dies angezeigt ist. Zielvereinbarung Bei der Planung eines TLT werden Patienten individuelle überprüfbare Kriterien festgelegt. Diese sollen eine Zustandsänderung der Patientin oder des Patienten im Behandlungsverlauf transparent und für alle Beteiligten nachvollziehbar objektivieren. Scores oder Einzelparameter sind hier im Regelfall nicht hilfreich, da diese kein Patientenindividuelles Outcome abbilden. Insbesondere besteht die Gefahr, sich auf Einzelbefunde oder minimale Änderungen zu fokussieren und das übergeordnete Therapieziel aus den Augen zu verlieren. Die Kriterien eines TLT müssen insgesamt objektivierbar und reproduzierbar sein und definieren den Erfolg des TLT. Soweit möglich sollte für die Dauer eines TLT ein Zeitraum in Betracht gezogen werden, der unter Fortsetzung der lebensverlängenden Maßnahmen dem erfahrungsgemäß erforderlichen Zeitraum bis zu einer erwartbaren Verbesserung entspricht. Üblicherweise werden dafür wenige Tage angenommen. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl eine zu kurze als auch eine zu lange Dauer das TLT der Patienten oder dem Patienten schaden können. Evaluation Die tägliche Re-Evaluation von Therapiemaßnahmen erfolgt mit besonderem Blick auf die prognostische Unsicherheit und die getroffene Vereinbarung eines TLT. Zeigt sich eine klinische Verbesserung der Erkrankung, wird eine Fortführung der Therapie mit dem bisherigen Therapieziel festgelegt. Eine deutliche klinische Verschlechterung während des laufenden TLT bedingt in der Regel eine Therapiezieländerung, gegebenenfalls auch vor Ende des vereinbarten Zeitraums. Zeigt sich bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums keine Verbesserung nach den zuvor bestimmten Kriterien, wobei eine klinisch unveränderte Situation wie eine Verschlechterung zu bewerten ist, erfolgt gemäß der Vereinbarung eine Therapiezieländerung. Bei fortbestehender erheblicher prognostischer Unsicherheit kann ausnahmsweise ein erneutes TLT vereinbart werden. Dies muss allerdings ärztlicherseits sehr gut begründet werden und darf keinesfalls Ausdruck einer Entschlussträgheit im Behandlungsteam sein. Kommunikation Eine transparente und umfassende Kommunikation bei der Vereinbarung eines TLT beinhaltet die Erörterung der folgenden Behandlungssituation mit ihren möglichen Optionen. Die Sorge, dass die Behandlung bereits aussichtslos geworden ist, sollte genauso geäußert werden wie die, dass noch mögliche Behandlungschancen nicht wahrgenommen werden. Klare Vereinbarungen, welche Konsequenzen aus dem Verlauf des TLT gezogen werden, sind unverzichtbar. Bei der Kommunikation über die Durchführung eines TLT muss darauf geachtet werden, dass allen Beteiligten, insbesondere den medizinischen Laien, die Bedeutung der Begriffe prognostische Unsicherheit, Therapieoptionen und der Erfolgs- und Misserfolgskriterien deutlich wird. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil auch scheinbar einfache Begriffe wie zum Beispiel Handelbarkeit sehr unterschiedlich wahrgenommen werden können und gegebenenfalls unrealistische Hoffnungen wecken. In allen Gesprächen sollte deshalb auch bedacht werden, dass die individuelle Hoffnung davon abhängt, ob ein positiver Ausgang für möglich gehalten wird und nicht so sehr davon, ob er statistisch wahrscheinlich ist. Es ist unmöglich und auch entbehrlich, Hoffnung auf Besserung argumentativ zu widerlegen. In der Kommunikation sowohl im Team als auch mit anderen muss darauf geachtet werden, dass sich alle wahrgenommen und mitgenommen fühlen. Wenn die Kommunikation über Hoffnung und Wahrscheinlichkeit gelingt, dann ist die Vereinbarung eines TLT über die Grenzen der unterschiedlichen Wahrnehmungen hinaus möglich. Ein TLT ist ein Behandlungsversuch, der auch Raum bietet, um parallel ein mögliches Sterben anzusprechen, auch dann, wenn noch Überlebenschancen bestehen. Die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten bzw. Zugehörigen soll genutzt werden, um rechtzeitige multiprofessionelle Palliativversorgung zu thematisieren und zu integrieren. Möglichkeiten, eine unsichere Prognose zu verbalisieren Hier kommen jetzt einige Formulierungen. Zum Beispiel, wenn es während des vereinbarten Zahltraums keine Verbesserung des Gesundheitszustands gibt, sind wir sicher, dass eine Fortsetzung aussichtslos geworden ist. Wir unternehmen diese Schritte, damit wir alle sehen, dass wir alles uns möglich für ihn, sie getan haben. Wir haben alles uns mögliche getan, allerdings hat sich der körperliche Zustand bisher nicht verbessert. Es ist daher notwendig, die lebensverlängenden Maßnahmen nach der vereinbarten Zeit zu beenden, sonst schaden wir ihm ihr nur. Wenn sich während des vereinbarten Zeitraums nichts verbessert, sind wir sehr sicher. Wir sind außerstande, den Gesundheitszustand und die Lebensqualität zu erreichen, die ihr Angehöriger sich wünscht. Wir können ihm keine Garantie geben, dass die Therapie im vereinbarten Zeitraum zum gewünschten Erfolg führt. Daher scheint es sinnvoll, parallel auch eine palliative Symptomahndung mitzudenken, um Leid zu lindern und Lebensqualität in jedem Lebensabschnitt auch im Sterbeprozess zu ermöglichen. Dokumentation Die Dokumentation der TLT-Modalitäten soll strukturiert erfolgen. Dies kann in bereits existierenden Dokumentationsbögen oder Formen integriert werden, zum Beispiel strukturelles Angehöriges Gespräch, Therapie, Begrenzungsbögen. Auch eine davon getrennte Dokumentation kann klinikintern vereinbart werden. Es sollten mindestens folgende Punkte dokumentiert werden. Knappe Beschreibung der individuellen Ausgangssituation, anders beteiligte interdisziplinär, interprofessionell, patientenseitig. Begründung für das TLT Gegebenenfalls Verweise auf ethische Fallbesprechung Festlegung der Kriterien, an denen der Erfolg misserfolgt, des TLT im individuellen Fall bemessen wird. Dauer des TLT Festlegung des Zeitpunkts für ein erneutes, strukturiertes Angerngespräch Behandlungsoptionen, geltende Therapiebegrenzung, Einbindung von palliativ-medizinischen Teams Tägliche Re-Evaluation der Situation Entscheidungen im Verlauf oder zum vereinbarten Ende des TLT im Teamkonsens Grenzen und Herausforderungen eines TLT Ein TLT kann Hoffnung wecken, die eine Therapiezieländerung möglicherweise erschweren können. Eine prognostische Restunsicherheit wird zudem auch mit dem TLT nicht gänzlich aufzulösen sein. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für eine Therapiezieländerung kann auch durch ein TLT nicht abschließend beantwortet werden. Wie viel Sicherheit es für die Rechtfertigung eines Therapiebeginns und einer Therapiezieländerung bedarf, bleibt davon unberührt und muss von den behandelnden Teams als empirisch belastbar evidenzinformiert und vertretbar eingeschätzt werden. Das bedeutet, dass nach wie vor subjektive Einschätzungen eine Rolle spielen, was Konfliktpotenzial bieten kann. Die Durchführung eines TLT setzt bei allen Beteiligten die Bereitschaft voraus, entsprechend den Vereinbarungen zum TLT das Therapieziel zu ändern, lebensverlängernde Behandlungsmaßnahmen zu beenden und eine Palliativversorgung rechtzeitig in die Wege zu leiten. Falls Konflikte verbleiben, weil die Patientinnen und Patienten, die an- und zugehören oder die gesetzlichen Vertreter, die medizinische Bewertung des Behandlungsteams nicht akzeptieren können oder weil es innerhalb des Behandlungsteams zu divergierenden Einschätzungen kommt, sollte ein ethisches Beratungsgremium hinzugezogen werden. Besondere Herausforderungen in der Prognosestellung sind akute Erkrankungen des Gehirns, bei denen für länger Zeit unsicher ist, ob die Patientin oder der Patient das Bewusstsein wieder erlangen wird. Für diese Patientengruppe ist die Möglichkeit, eines längerfristigen TLT in Betracht zu ziehen. Da die beschriebenen akuten zerebralen Ereignisse nach Überleben der Akutphase in einer jahrzehntelangen chronischen Bewusstseinsstörung münden können, ist eine im Rahmen des TLT vereinbarte Re-Evaluation von besonderer Relevanz. Fazit Behandlungsentscheidungen auf Intensivstationen unterliegen immer einer prognostischen Unsicherheit. Ein TLT ist ethisch gerechtfertigt, wenn das Erreichen des Therapieziels sehr unwahrscheinlich, aber noch nicht aussichtslos ist. Die Durchführung eines TLT setzt die Bereitschaft voraus, entsprechend den Vereinbarungen des Therapieziels zu ändern. Die Ausgangssituation, die Durchführung und die Folgen eines TLT zu kommunizieren, ist herausfordernd. Ein TLT kann Verlässlichkeit und Vertrauen stärken, Unsicherheit reduzieren, Überversorgung vermeiden und eine patientenzentrierte Intensivmedizin fördern. Hier zwei Fallbeispiele, wie ein TLT aufgebaut ist und wie es durchgeführt wird. Hier TLT-Fallbeispiele, Chirurgie. Die Beschreibung der individuellen Ausgangssituationen. Patient mit Nekotisien und Pankreatitis, multiple, bislang kompensierte kardiale Vorerkrankungen, zwei Monate intensivmedizinische Behandlung mit rezidiven septischen Schüben, Phasen der Tachyatmia, absoluter Kardiversion, Implantation als Passagieren, externen Schrittmaß, prolongiertes Beatmungsvideo, Tachatomie, offene Bauchbehandlung bei Multitmen, Darm, Pankreas, Fisteln, Parentale Ernährung. Nach Etablierung eines stabilen Fistel-Systems wäre nach erfolgter Genesung ein plastisch rekonstruktiver Bauchdeckenverschluss notwendig. Akut auf chronisches Nierenversagen, Umtäcke, Dialyse, erhöhte Transdermisaren, Bilirubin, 15 mg am TL, undulierend, gerinnungmäßig eingeschränkt. Thrombosen in Wegener Joglas, interner Beizeit, ZVK Schellenanlagen gestalten sich zunehmend schwierig. Aktuell nun erneuter septischer Schub mit weiterer Nekrosestrancite, erneute, wie Glanzminderung, erneute kardiale Dekompensation. Begründung für das TLT, im Gesamtkontext nahezu aussichtslose Situation. Festlegende Kriterien, an denen der Erfolg-Misserfolg im individuellen Fall bemessen wird, kardiale Rekompensation, kardischerminbedarf, Verlaufinfektparameter, Verlaufleberwerte, Gerinnung, Laktatverlauf. Dauer wird auf 5 Tage festgelegt, Zeitpunkt für das erneute strukturierte Angehörige sprechen in 5 Tagen. Behandlungsoptionen, da eine erneute interventionelle Drainage technisch unmöglich ist, nach kardialer Stabilisierung chirurgischer Nekrosektomie als Ultima Ratio, gegebenenfalls Umstellung der Antibiose nach Befund, differenzierte Volumen- und Katischermintherapie für den Zeitraum des TLT. Geltende Therapiebegrenzungen, keine ECMO, keine CPR, Einbildung von palliativmedizinischen Teams, Beginn einer palliativmedizinischen Mitbehandlung, tägliche Re-Evaluation der Situation, Entscheidung im Verlauf oder zum vereinbarten Ende des TLT im Team, Konsensverbesserung, Therapiefortführung, keine Änderung, Verschlechterung der klinischen Situation, Therapiezieländerung. Hier Fallbeispiel Innermedizin, die individuelle Ausgangssituationen. Hier ein Patient mit Rezidiv einer malignen hämatologischen Erkrankung, Knochenkarzinose, palliative Situation mit unklarer Lebenszeit unter erneuter Chemotherapie. Auf der Intensivstation intubiert, invasiv beatmet, bei enoraler Blutung sediert, presst mehrfache kurze Reanimationen im Rahmen von Hypoxiphasen, Hochdusierkatschermine, Sepsis, akutes Nierenversagen, Leberversagen. Aktuell ist eine Chemotherapie als palliative Behandlung der Grunderkrankung nicht möglich. Und aktuell erneute Sepsis bei Pneumonie, Verstechterung der Beatmungssituation, Pancytopenie. Begründung für das TLT. Nahezu Aussichtslosigkeit auf Heilung einer Therapie der Grunderkrankung ist nicht möglich. Gegebenenfalls Stabilisierung ist eine Chemotherapie möglich, aber weiterhin schlechte Prognose mit unklarer Lebenszeit, mit Risiko der erneuten schweren Immunsemposition und Sepsis. Festlegen der Kriterien, an denen Misserfolg, Erfolg des TLT im individuellen Fall bemessen wird, im Verlauf Katischerminbedarf, Infektparameter, Leberwerte, Gerinnung, Naktatverlauf, Dauer, 5 Tage, erneutes Angangengespräch, Zugangengespräch in 5 Tagen. Behandlungsoptionen, Eskalation der Antibiotika-Therapie, invasive Beatmung, Lagerung, Transfusion, Granozyten stimulisierender Faktor, geltende Therapiebegrenzung, keine ECMO, keine Reanimation, Einbindung des palliativmedizinischen Teams mit Beginn der palliativmedizinischen Mitbehandlung, tägliche Re-Evaluation, Entscheidung im Verlauf oder zum vereinbarten Ende des TLT-M-Teamkonsens, Verbesserung, Therapie fortführen, keine Änderung, Verschlechtung der klinischen Situation, Therapiezieländerung. Weite Informationen und Ergebnisse nehmen Sie der frei verfügbaren Publikationen in der Medischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin.